nur wachsitz genug gequält immer schnell das manchen teufel und gehen wir dann gehen wir da oben kommen wir uns das ja wir brauchen definitiv wieder ein paar karotten für die ganzen mini spiele gehen wir zum montal ist das ein rennen hey okay das dürfen wir schon mal nicht mitnehmen wir haben den hund getötet passiert nun mal manchmal ich gedacht dass hier rein geht aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht was ich gedacht habe oder ob ich überhaupt was gedacht habe ich glaube Bugs kann jemand noch nicht tragen oder eigentlich hat sich ja nichts ich glaube da brauchen wir noch ein zweites warum steht hier bloß eine kiste jetzt tat sich was Sorte jetzt ich bin weg ne jetzt sind wir ich dachte wir werden jetzt hier wieder aber das ist ein anderer Bereich noch zwei eckmikisten zählt das jetzt eigentlich als okay das zählt als suche gut dass wir das schon mal geklärt haben hinten scheint immer zu sein hinten scheint immer zu sein es tut mir leid Bugs was wollte ich so jetzt nicht ich glaube da muss ich entweder bei springen oder ich gehe halt mit ihm da oben ja ne wir müssen da schon hoch sehr schön ey Bugs jetzt stell dich mal nicht dran hey Bugs lebt noch sehr gut sehr gut so haben wir hier noch irgendwas wahrscheinlich haben wir wieder oben da hab Dinge aber gut zu wissen dass wir nicht ins Wasser dürfen sind sonst hätte ich das wieder versucht äh Bugs komm mal her ganz schön wenn wir hier aha ok gut dann können wir wieder zurück gehen dann müssen wir das vielleicht dreimal machen zweimal definitiv so tasmanischer holf komm mal her ja ich würde mir jetzt nicht den Kopf anhauen und da oben haben wir sowieso noch was ok huuuu die wurden ja im Vorgänger sehr sehr gerne benutzt ich habe sogar ganz vergessen dass erst Lost in Time kam und dann Timebusters aber ich weiß auch nicht ob wir in naher Zukunft Lost in Time spielen können da gab es hier ein paar Probleme ich würde mich natürlich freuen wenn wir das spielen könnten hatte ich wie gesagt eine Welt lang gespielt aber nicht allzu lang und ich meine nicht die Tutorial die Tutorial Dimension der hat halt gut funktioniert sehr schön ähm werden wir vielleicht noch dazu kommen und er will uns hier irgendwo hinführen oder so hier wau wau aleks solltest du belöst dich merks aber hier kommen wir dann zum zweiten ok gut Das würde ich einfach nur so machen. Dann gehen wir jetzt weiter. Den Hasen brauchen wir nicht. Den Hasen brauchen wir doch wahrscheinlich, aber... Der Hasen hat halt auch kein Gewicht oder so. Ist dann schon ein bisschen mies. Aber wie kommen wir rauf? Okay. Ich glaube, dann brauchen wir zwei da drauf und dann hat sich das Ganze schon. Aber wir brauchen trotzdem Bugs. Ja, Hase. Schon hier wo unten? Nee, da oben ist er. Gut. Genug geschlafen, mein Lieber. Kommst du jetzt mal hier mit? Wir arbeiten jetzt hier. So. Gerade konnten wir noch rein. Jetzt müssten wir... Ich verstehe es nicht. Boxen wirkt ja eh nichts. Boah. So. Ah, deswegen kann man auch... Keine... ...seine Freunde hier rein... ...schicken, weil sonst würde man ja... ...das ganze Rätsel hier... ...ausspielen. ...wil man ja nicht. Jetzt wieder jemand an die Amme jammern. Einen brauchen wir noch. Einen haben wir noch beim Boss. Sehr gut. Läuft doch gut. Läuft doch gut. Hier war alles natürlich sehr gerne mit. Hallo? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Boxen macht das Schmarrn. Ich glaube nicht... ...sch supp. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, okay. Ich weiß, warum sich da noch nichts tut. Wie soll sich denn etwas drehen, wenn er noch befestigt ist? Ja, und der Hammer, der kam natürlich erst, als Bux da drin war. Ja, ist dann auch super. So, jetzt aber. Danke. Okay, aber Bux können wir so mitnehmen. Ist doch nicht das, was ich wollte. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020